Der Song »Morgen« ist wahrscheinlich auf dem Album der heftigste Song. Er handelt von all den Dingen, die wir leider Gottes jeden Tag in den Nachrichten sehen, in den Medien. Konflikte, Erosionen, gesellschaftliche Probleme etc. Wollen wir das alles an unsere Kinder, an die nachkommenden Generationen so weiterreichen oder tun wir was dagegen?